Mein Name ist Burkhard Brings. Ich bin seit 35 Jahren Kunde hier im Autohaus Nauen. Also im Grunde vom ersten Tag an, seit ich Auto fahre, gratuliere natürlich der Firma Nauen zu 60-jährigen Bestehenden. Davon 50 Jahre in Osterrad. Und 50 Jahre in Osterrad, das ist ein weiterer Stichpunkt, denn vom allerersten Tag an, seit Nauen hier in Osterrad, ist mein Vater Kunde dieser Firma, dieses Autohauses. Das zeigt ja, dass wir eigentlich immer sehr zufrieden waren. Was heißt eigentlich? Garantiert und ganz bestimmt immer sehr zufrieden waren und uns sehr wohl gefühlt haben. Hier in diesem familiären Betrieb, der wirklich mit Familienbindung ist. Man fühlt sich aufgehoben und zu Hause. Auch gute Kontakte zu den Mitarbeitern. Und ich denke, das ist genau das, was Nauen auszeichnet. Nauen ist einfach anders.